Wenn es Nacht wird, kommen die Neon-Motten. Rock'n, Rock'n, Stirn'n, Spring'n, Spielen. Verrückt? Vor allem eine Sache, die uns alle interessiert. Also uns alle meine ich jetzt vor allem mich. Kaugummi-Automaten. Jetzt sind sie einfach umgefallen. Oh Gott! Zama! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Äh, lol. Die ist sehr gechillt. I have no idea where to go. Es ist so viele Gegner. Was war denn da? Ich glaube in Zukunft immer Mott im Kleid. Wenigstens auch hier eine schöne Baggins mit Pac-Man drauf. Ich will nicht von irgendwas gekillt werden jetzt. Please don't kill me. Oh, er kennt mich. Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige Strahlen. No! No! Okay, 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 okay. Nein! Ich wusste es! Ich wusste, dass mir irgendwas passiert. No! ... Alter, was! Eine Geburt! Leck! Ja, war da grad ein Gesicht um die Ecke? Freude schöner Götter, Punkentochter aus Elysium. Geh tief runter. Ja, ja, das stimmt. Ups. Oh Gott. Ich hätte gerne ein paar mehr Explosives. Also, von mir, nicht von euch. Nein, oh Gott, Himmel. Oh mein Gott. Okay. 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 Oh. Oh nein, ich bin offscreen. Nein. Ich hab's gemacht. Ich hab den Trick gemacht. Jetzt bin ich offscreen. No. Bounce, 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 bounce. Das sind zwei unterschiedliche Soßen, Sengir. Was? Ich bin entsetzt. Now we're talking. Warum haben wir uns die nicht direkt am Anfang geholt, die dicke Wumme? Wow. Ups. Hör auf zu lachen. Oh Gott. Ich glaub, du spinnst. So vielleicht. Keine. Nein. Lass deine Sorgen Sorgen sein. Ha, Schmutz, Alter. Ja. Ja. Hupf. Punkt Input. Bitte. Los. Sagt nix. So. Jetzt. Ja. Ich bin drank. Drank. Da ist er rüber. Wo willst du hin? Ippalat tut dem Hals gut. Ippalat. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Wichtiger als Wissen. Denn Wissen wird herrlich sein. Es sind so viele Gegner überall. An jeder Ecke wohnen sie. Honk, 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 honk. Ich finde die blaue Tür nicht mehr. Ich habe die blaue Tür gefunden. Also Shooter sind leider nicht das Genre, von dem ich von mir behaupten würde, dass ich darin gut wäre. So gar nicht. Okay. Entschuldigung. Nimm doch lieber Schmetterlinge. Das sind eh die hässlicheren Motten. Kriegst du überhaupt was mit? Das ist die falsche Seite. Hä? Ja, natürlich hat der zwei. Das habe ich nicht gesehen. So, und jetzt. Alles muss man hier alleine machen. Ich glaube, das ist die perfekte Höhe hier, die wir haben. Ich glaube, da können wir... Never mind. Ich habe Angst. Höhe. Wo willst du denn hin? Wo, was, 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 was? Geh rein. Nein. Anhonken, ja, das ist, das ist die beste Möglichkeit. Erst mal hingehen, so von hinten anschleichen, so den Kopf auf die Schulter legen und dann... Das ist dieses Ding aus meiner Hose, Fummel. Also nicht, nicht das Ding, sondern das Ding. Das ist nicht, was ihr denkt. Oh, guck mal, da unten ist los. Das ist eine Tür. Ja, aber die andere... Bitte, meinst du? Oh. Willst du den Aufzug tatsächlich bewegen, musst du was richtig Schweres drauflegen. Deine Mutter zum Beispiel. Nein. Nein. I got balls of steel. Immer wieder... Oh, Gott. Entschuldigung. Sind das hier nur Secrets? Oder gibt es hier auch was zu tun? Keller. Oh, Gott. Ah. Jetzt noch ein bisschen, ein bisschen enger schnallen, dass er nicht wieder rutscht. So, denn Fliegen sind sehr cool. Nein, doch. Wir Schweizer, wir essen diese Schokolade nicht. Die ist für die Touristen. Ja. So einer ist das. Die essen nämlich nur Schokolade aus Gold. Auf geht's. Macht's gut, ihr Loser. Wenn es Nacht flirrt, kommen die Neon-Motten. Wacken, zacken, stöhnen, springen, spielen. Verrückt. Wacken, 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 w